Ach, so ein hartes... Ich bin gerade von Arbeit gekommen. Boah, echt. Ich guck mal auf mein Schatzi. Oh, die schläft so schön. Ja, okay. Ich geh mal zu meinem Zimmer. Und jetzt. Und ich will gerne wieder mal ein Kind sein. Echt. Ah, ich würde gern so groß sein wie Mama. Und arbeiten gehen und alles. Ich hab keine Lust mehr auf Schule. Und ich will Autofahren. Hm. Ah ja, das ist ein schöner Traum. Warte kurz. Hä? Äh. Äh. Ich bin ein Kind. Ist das denn passiert? Äh. Ich bin in... Mama. Mama, wo bist du denn? Ich bin in deinem Bett aufgewacht. Was? Mama? Mama, warum... Liebling? Warum? Wieso bist du so klein? Was? Und meine Hände? Mama, warum bist du so klein? Und du bist so groß. Was? Ich bin so groß? Oh mein Gott. Ah, nein. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Ich bin eingeschlafen. Ich hab mir gewünscht, groß zu sein, erwachsen zu sein. Und ich hab mir gewünscht, klein zu sein. Oh mein Gott. Ah! Traum ist wahr geworden. Ja. Ich bin jetzt deine Mama. Äh. Ab. Mach dein Zimmer sauber. Nein. So bin ich gar nicht. Ähm, Schatzi. Ja? Gehen wir in den Spielplatz? Okay. Ja, ich darf Autofahren. Los geht's. Juhu. Okay, komm, 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 komm. Gib mir. Ich will fahren. Darf ich fahren? Ich muss ja fahren. Du darfst ja gar nicht. Okay, ja. Ja. Was ist das? Oh, komm mal. Das ist auch deine Freundin. Also, eigentlich meine Freundin. Ah ja, das ist doch deine Freundin. Was macht denn deine Freundin hier? Okay. Ich hab mich verabredet, mir jetzt eher zum Spielen, aber ich muss ja dann auf Arbeit. Ey, ich fahr. Ey! Okay, ich sitze. Warte, guck, ich sitze noch nicht. Okay, jetzt. Geh los. Nein, nein. Dein Freund ist nicht da. Ui, 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 warte mal. Wie fährt man denn? Okay, jetzt. So. Ja, geh da, geh da, geh da. Guck mal, wie toll ich schon fahren kann. Juhu. Ui. Oh, Entschuldigung, Mama. Entschuldigung, ich glaube, äh, ein bisschen ist es noch gelüben. Ui, ups. Oh, oh nein. Ich bin in den Bubel gelangt. Kommt alle raus, schnell. Nein. Ui, ui, ui. Das tut mir leid, Mama. Ui. Ui. Entschuldigung. Eben, bo. Ich kauf dir ein neues Auto. Ich habe den. Aber wir sind da auf dem Spielplatz. wow und hier sogar eine wasserrutsche ich will auch spielen nein ich darf jetzt nicht muss ich auf euch aufpassen was ihr macht ich würde auch so gerne ich bin doch erwachsen und ja machen wir ein foto ja ok los gehts los gehts hier ist die rutsche und und wie geht es deinem freund mein freund gut der hat auch spaß hier mehr höher noch höher ich habe einen e gefunden und unser auto unter wasser ich kann auch ganz gut springen guck mal guck mal hier kann ich springen ich bin jetzt wo bist du ich kann auch springen guck mal zu mir ich sitze hier in einem einhorn hey wie geht es dir nein nein guck mal der mag das hat er es gesagt ich glaube ich glaube wir müssen jetzt gehen warte kurz ich mache noch eins ich springen ich glaube du musst in die schule ja ja ich bin dann auf arbeit ja natürlich na los na los ja warte kurz ich kann nicht filmen cool jetzt 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 hier ist ja die tourbierschule ja ich habe mich irgendwie überrascht komm komm ja schule 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 okay äh mama kind was auch immer äh ich gehe auf arbeit okay tschüss 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 büro der des der rektors oh ich mache alles kaputt blu 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 ich hoffe mama benimmt sich bei mir in der schule die ist ja jetzt ich ah es ist kaputt 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 ich bin jetzt ein direkter ich will kein direkter sein kunst oh ich liebe kunst ok ok ich mache und oh ich sag er aboniert ni äh hol t da steht abonniert steht abonniert wow da muss sind die leute ja auch abonniere okay auch matte ich hasse jetzt ist es kaputt ja hier ist die lehrerin Das ist ein Hausmeister, ein Hausmeister, da ist es klitschig, jetzt bin ich klitschig nass. Cafeteria, ich habe echt schon Hunger. Das ist aber ein riesiger Apfel, das ist aber ein riesiger Apfel. Geschichte, ich liebe Geschichte. Oh, war das ein alter Arbeitsplatz. Ich glaube ich bin fertig. Ich bin so müde. Ich bin so müde, ich möchte nach Hause und schlafen. Das ist so ein anstrengender Arbeitstag. Das ist ein Nachricht von Direktor. Was ist passiert? Da steht, ich habe alles kaputt gemacht und ich habe alles, die Bücher drangespuckt mit Wasser und alles. Entschuldige. Nein. Deine Mutis. Ich bin sehr, sehr böse. Wie konntest du nur in meiner Schule? Na gut, jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Und ich mal jetzt. Aber wie kommen wir jetzt nach Hause? Unser Auto ist noch im Pool. Ja, ich habe noch ein zweites Auto. Oh, zum Glück. Mama, willst du lieber fahren? Ja. Ja. Das ist die ganze Zeit, weil deine Arbeit so angekommen ist. Du kannst mit dem Fahrstarten aufbauen und bezahlen und rechnen. Ja. Und die Leute die ganze Zeit, und ständig hat das Telefon geklingelt und die wollten irgendwas von mir wissen. Okay, dann einfach ich in deinem Freund vielleicht schläft mit mir heute, weil du hast ja gesagt, dein Freund liebt Übernachtungsparty. Ich habe mir aber so sehr gewünscht, erwachsen zu sein und Autofahren zu können und arbeiten zu gehen. Aber weißt du was? Ich würde viel lieber wieder Kind sein und spielen und in die Schule gehen. Ja, komm, komm, wir schlafen. Okay, ich lebe mich im Auge, vielleicht war das doch alles nur ein Traum. Mama. Wieder. Klaus. Ich muss mal zu meiner Tochter sein gehen. Hallo. Hallo. Ich habe ein Eis. Ein Eis. Ich bin wieder klein, ich bin wieder klein. Ja. Das heißt, ich kann wieder in die Schule gehen und spielen mit deinem Freund. Toll. Und jetzt ist Zeit für Schule, komm. Ja, ich habe mich noch nie so auf die Schule gefreut wie heute. Der schönste Tag in meinem Leben. Okay, Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe, das gefällt euch. Und das Freund hier, das ist eigentlich eine Freundin. Also, wo ist die jetzt? Aber die kennt mir eigentlich im echten Leben. Und die wollte in unserem Video sein. Und die ist aus England. Die ist gerade in England. Und also wollte ich mir ein Video mit dir machen. Also, tschüss, Leute. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Und tschüss. Ich bin viele Herzen. Tschüss. Tschüss. Und die Mama muss jetzt zur Schule. Komm, schneiden, schneiden. Ja, auf geht's. Ja. Auf geht's.